das war schon mal besser der erste Versuch ist wieder nichts gelandet aber der Team läuft gesüßen und kackert ist wieder fleißig in der Post abgestellte das Auto so ein Zerfett ne dementsprechend terrorisiere ich noch ein bisschen hier das übrige Ami-Folz in meinem Spiel ich höre den Shit dort enorm ein bisschen also gut dann müssen wir mitleben wurde gerade zu Barbie reingeladen ne von der Crossout-Crew wir haben nen eigenen Clan und so ein Kram hat man sicher schon mal die Skale mitgekriegt von der anderen Team ich glaub irgendwann bin ich da mal einmarschiert und der Typ hat mich gerade alter in der Luft gesprengt mit nem Selbstmordattacke voll drei aber gut ich hab noch drei Knarren am Start der Appen wenn die Zeit hier abläuft haben wir mehr Autos hier also habt ihr schwer verkackt und der sie wunser ja somit flitz ich mal rüber in die Party und lass mich glaub ich mal zum Clan einladen ey geiler Shit der Clan Wars wurde ja leider schon abgeschafft wieder durch so ein komisches Knight Rider Event ersetzt ich nehm mal an dass das die noch nicht so gefunzt hat wie sich der Entwickler das vorgestellt hat dementsprechend